Hallo und herzlich willkommen zurück bei Ben und Ed, liebe Freunde. Und in der letzten Folge sind wir erfolgreich 30 mal gestorben. Das habe ich echt gut gemacht, muss ich sagen. Also da habe ich meine Skills echt mal wieder ausgepackt. Und jetzt in dieser Folge sind wir im dritten Level immer noch nicht wirklich weiter. Also wir haben das Level noch nicht geschafft. Und natürlich will ich das jetzt schaffen. Und jetzt bin ich gerade konzentriert. Ah, hier geht das Tor auf, okay. Tschüss. Oh, falscher Knopf. Scheiße. Oh Mann, oh. Ich werde vom Spiel gemobbt. Es geht direkt wieder voll im Speed hier weiter. Läuft auf jeden Fall. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, diese Dinger gehen so schnell runter, oder? Meine ich das nur. Das fällt mir jetzt erst auf. Ist auch schön. Was schaffe ich noch? Was schaffe ich noch? Kopf ab. Und werfen. Jawohl. Los, komm, kleiner Kopf. Roll mit mir in den Schickroll. Yay. Guck mal, hier sind kleine Hühnchen. Ich drehe die einfach tot. Also man muss echt sagen, zu 14,99 kriegt das Spiel echt ganz schön aus. Boah, ich habe es. Wasser. Boah. No. Ich muss da irgendwie rein. Komm. Ne. Ja, genau, Alter. Der Kopf ist jetzt über den Checkpoint geflogen, oder was? Ja, genau. Yeah. Jetzt renne ich hier ohne Arme, Alter. Ist mir auch egal. Ja. Fall runter. Es ist immer noch dieselbe Aufnahme, falls ihr euch fragt, warum ich mich hier so aufrege. Ja, genau. Das hat Splatter in 5 Millionen Einzelteile. Läuft. Was wir alleine nicht schaffen, das schaffen wir dann zu sein. Was wir ohne Körper nicht schaffen, das schaffen wir ohne Beine. Ohne Beine. Das habe ich doch nie im Leben. Jetzt muss ich meinen Kopf da hinwerfen, weißt? Und da muss ich wahrscheinlich auch noch was drücken, ey. Ach nee, klar, ich habe keinen Kopf. Ne, warte mal, was machen wir gerade hier? Tschüss. Alter. So viel Pech hat doch keiner, Alter. Was ist das denn jetzt schon wieder? Nein. Oh, Scha. Boah. Oh, Mann. Ey, will das mich eigentlich verarschen? Vielleicht soll ich das doch mal lieber mit Maus und Tastatur spielen. Aber vielleicht soll ich mich auch nicht drehen. Das ohne Drehen hat vielleicht dann das Blockertrufe geklappt. Was, Scha, Mies, Ha. Warum geht es denn jetzt wieder nicht? Ja, 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 da kommt sie, da kommt sie. Und, oh, oh. Geh auf. Junge. Lass uns nicht alleine. Ja. Ja, 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 ja. Da hat die Mimi wieder was gezeigt. Ey. Ja, Alter, wenn der Kopf ja nicht hochrollen will. So, weiter geht's. Weiter geht's im Geschehen. Kann die Kamera nicht irgendwie automatisch mitkommen? Egal, wir haben nur noch ein Bein. Das macht uns gar nichts. Oh, Scha. Ich sehe gar nichts. Ich muss jetzt doch... Ja. Geht's vielleicht noch ein Stück schwierig? Ach so, ja, genau. Ja, genau. Jetzt mit dem Kopf, ne? Ja. Das ist echt schwer, das Spiel ist. Das würde ich jetzt euch mal sagen. Oh, Mann. Oh, ja, genau. Das bläder mein ganzes Leben, Alter. Das ist so scheiße. Was soll das hier auch? Weißt du, noch 5000 Messer vielleicht. Ja. Das ist viel zu schwer. Und was ist er da für ein Eddie Murphy, ey? Ah. Ich krieg Heils, ne? Ah. Nein. Oh, ich bewege die Kamera zu schnell. Ich erkenne meine Fehler. Ist gut, Spiel. Ich sehe die Fehler. Nein. Ich gebe nicht auf. Und auch mit einem Bein weniger werde ich es nicht aufgeben. Ich werde es schaffen. Was? Oh. Nein. Ja, 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 ja. 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 Wartet, wartet. Ich wollte schon sagen, wenn das jetzt nicht geklappt hätte, dann hätte ich es jetzt aber hier sofort ausgemacht. Ja, und der Schusskopf hier, der will hochrollen. Komm mal. Warum geht der da nicht hoch, ey? Was ist mit dem Kopf los? Ich sehe schon, komm, ich falle gleich wieder irgendwo runter. Die Bank des eigenen Kopfes. Die Bank des eigenen Kopfes. So, weiter geht's. Wo kann man denn da nichts? Nein. Oh, ein Bein weniger macht uns gar nichts. Was? Oh. Ah. Wui. Hoi. Was soll das denn? Scheiße. Ach, da waren noch Dosen. Da waren noch Lüste. So. Ah, nichts besser. Nicht gesprungen. Jawohl. Was ist das denn? Nein, ich Idiot drück Dreieck. Boah, ich bin manchmal so ein... Ja, ich will es jetzt nicht sagen, weil es eine große Beleidigung ist, aber es ist so. So. Was kann ich denn machen? Ich glaube, das war nicht der Plan, oder? Hahaha. Was kann ich da machen? Was muss ich denn da überhaupt nicht machen? Bei dem Wickeln hab ich jetzt schon drauf, immer der kann ich im Schlaf, ohne hier ein Bein zu verlieren oder den Kopf zu verlieren. Dann mach ich das ganz klingt da eben. So. Könnte ich jetzt hier machen? Kann ich jetzt mal schießen, oder so? Yey! Yey! Geil! Die, 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 die... Wir haben es geschafft! High Five! Und wir haben vier schon vergessen, das sind so toll. Also es fehlen uns welche. Das ist sehr traurig. Naja, egal. Ich hoffe auf jeden Fall euch hat die Folge gefallen. Kurzes Völkchen. Dafür aber Level geschafft, würde ich sagen. Das war schon mal ganz gut. Nächste Runde geht's ab mit Level 4 und 5 und 6 und 7 und 8 und 9 und 10 und ich hoffe wir schaffen das irgendwie. Ich glaube nicht, aber ich glaube an das gute Menschen. So, jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und sage bis demnächst Tschüssi!